Yo, Ladies and Gents, was geht's? Wow, wahrscheinlich geht nicht recht viel mehr als wir hier gerade. Und die Jackens da draußen. Genau. Ähm, ja, wir sind wieder in Zacket. Und, ähm, was haben wir vor, Simon? Was wir vorhaben, wir haben hier eine Wall of Shame. Da ran steht alles, was Raffi heute machen wird. Alles Eklige, wofür ihr ihn dann ausbuchen könnt. Nee, hier steht, ähm, Schmelzhaus. Was auch immer das sein soll. Da kommen alle Furnaces und so rein. Da kommen alle Furnaces und so rein. Storage Raum müssen wir bauen und eine Farm müssen wir bauen. Außerdem werde ich hier diesen Hauptplatz ausbauen, ähm, mit einem fetten Hochhaus, das dann auch getacketisiert wird. Getacketisiert. Getacketisiert. Ähm, und ja. So, aber davor ist mir noch aufgefallen, dass uns ein Diamant und Obsidian fehlt, um den Kondenser zu bauen, was natürlich das Wichtigste in unserem Tech-It-Adventure ist. Und das brauchen wir jetzt. Und deswegen begibt sich jetzt dann Raffi auf die Suche. Währenddessen werde ich auch ein bisschen Hüllen tun gehen. Und, ähm, das wird jetzt für euch ein bisschen schneller gehen, weil es sonst irgendwann langweilig wird, meiner Meinung nach. Genau. Das heißt, ich holze mich hier noch schnell aus. Ja, ich mich auch. Fackeln brauche ich, also Kohle. Zu, dun, dun, dun. Zack, dürfte reichen. Ähm, ja, drei Spitzhacken reichen, glaube ich, auch. Bin nicht überzeugt. Und, essen bräuchte ich noch. Für noch zwei Brot. So. You ready? Warte, 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 warte. Waiting for the chicken to... ...become... ...medium rare. Perfekt. Kann man ein Chicken ja nicht medium rare essen? Ja klar. Man kann alles medium rare essen. Stimmt. Ja, aber ich meine, ob das gut ist. Ich meine, wenn's so Chicken ist, ist doch eigentlich... ...fast durch eigentlich immer. Naja, ist ja jetzt egal. Dann würde ich sagen... Ab hier dann, ähm, Epic Speed und so. Ab jetzt. Nyaung. Ich meine, 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 ich meine Bis zum nächsten Mal. 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 Fuck. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja. 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 Und was zum nächsten Mal. Ja. Ja. Das heißt. Ja. 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 Ich bin gerade. Ja. 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 Ich bin gerade inرفend gewesen. Ja. 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 so, so, war perfekt äh, kommt mal hier hin Raffi, wir müssen ganz kurz ne Pause machen ok, Jungs, wir müssen ganz kurz ne Pause machen wir sehen uns bald wieder heyho, da sind wir schon wieder nach der fünften Pause jetzt in dieser Folge mindestens es wird ein bisschen ne nervige Folge wir entschuldigen uns dafür aber dafür haben wir jetzt endlich die 5 Obsidian, ich hab ja grad noch welches geholt wir haben uns das wirklich nicht gecheatet wir schwören hoch und heilig wir haben sogar den Wasserbucket hier drinnen ja, wir haben für was hätten wir uns ein Wasserbucket gemacht, wenn wir es nicht wenn wir uns gecheatet hätten und für was hätten wir uns ein Diamond Pickaxe gemacht, wenn wir es nicht gecheatet wenn wir es uns gecheatet hätten, also ja ich geh gleich wieder da rein ja genau, und ich schau mal schnell, was man für einen Kondensower braucht vier Diamonds und vier Obsidian wieso hab ich dann fünf geholt? zum Kondensen achso, eins, immer eins mehr eh, Iron Head 牛ö, Obsidian aussie menor danke hier, kriegt es eins zurück doch ich will nix Goto NIND doch, Minden schießt sie N naá hier, verdammte ich hab's mal wieder falsch gebaut He's a genius Yes Energy Condenser Yay Wo stellen wir denn Zum Scheiß Okay Perfekt So Da haben wir diese Folge ja schon ziemlich viel geschafft, oder? Yep, würde ich schon sagen Also Wir haben jetzt für diese Folge zum Aufnehmen, glaube ich, eineinhalb Stunden gebraucht Ihr werdet das Ganze ein bisschen kürzer sehen Ein bisschen Gesehen haben Ja, wir entschuldigen uns Das ist jetzt einfach eine bisschen komische Folge vom Aufnehmen gewesen Ist uns klar, aber gestern war eine ganz komplette Folge Und morgen wird wieder eine ganz komplette Folge kommen Also ich hoffe, ihr fresst uns jetzt nicht dafür Außerdem ist es eine Folge und außerdem haben wir jetzt endlich den Kondenser Das heißt, Höhenton wird es in nächster Zeit wahrscheinlich nicht mehr so viel geben Genau Außerdem werden jetzt dann wirklich die epischen Gebäude gebaut Und wir konzentrieren uns jetzt dann wirklich wieder auf Tech-It-Technik Genau Voll im Platz Der Kondenser ist der Key zu allem Genau, würde ich schon sagen Und dann Ja Ich habe hier noch kurz ein Ruby Pickaxe und ein Ruby Sword gemacht Du wirst jetzt dann wieder dein Sephir Zeugs machen Ja Schätze ich mich schwer Nein, ich glaube ich mache mit deinem Diamond Zeugs Fick dich Machst du nicht Okay So Ja Wäre nett, wenn ihr dir Folge ein Like geben könntet Weil ich da wahrscheinlich Also ich werde ziemlich viel Arbeit reinstecken Ich glaube Also ich weiß nicht, weil ihr werdet es wahrscheinlich schon gesehen haben Aber jetzt spreche ich ja praktisch Praktisch, wo ich noch nicht geändert habe Dass ich dann so einzelne Teile rausschneide und die dann verlangsam Wir werden es sehen Ich weiß, wir werden mich da für die harte Arbeit über ein Like freuen Und Ja, wir sehen uns nächstes Mal Würde ich auch sagen Tschüss Dann Outro